Wie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht buh? Und wenn du an die Hörner fass, macht sie die Augen zu. Wie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht buh? Denn wenn sie nicht gemolken wird, dann gibt sie keine Ruhe. Lalalalalalalala Lalalalalalalalalala ARD Text im Auftrag von Funk